Eben saß ich noch bei TEDx in Hamburg im Publikum und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt bei TEDx Berlin Youth auf der Bühne stehen darf, bin da eingeladen, mein Projekt vorzustellen, meinekleinefarm.org. Da geht es darum, dass die Leute ein bisschen neues Bewusstsein, ein bisschen mehr Wertschätzung für Fleisch bekommen und dann schließlich auch ein bisschen weniger Fleisch essen, aber für Besseres aus Bio-Freilandhaltung am besten, denn mit meinem Projekt Meine Kleine Farm soll man sich ein Schwein direkt nach der Geburt kaufen, weil es da jetzt ferkelt und dann in Echtzeit am eigenen Schwein erleben, was hinter dem Schnitzel steckt, was man dann auch geliefert bekommt, damit man so ein bisschen neue Wertschätzung dafür bekommt und damit möchte ich sozusagen auch Fleisch ein Gesicht geben. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sehen uns im Moment. ¡Herniurg! people 堅acker -